Der dreijährige Eros Keines der Götterkinder wurde auf dem Olymp von allen so geliebt wie der dreijährige Eros, der Sohn Aphrodites. Jeder der Himmlischen war erfreut, wenn der eifrige, unbeholfene Kleine um Hilfe bat oder gestreichelt werden wollte. Ein jeder nahm ihn gern auf den Schoß und genoss die kindlichen Frechheiten des verspielten, aufgeweckten Knaben. Eros liebte es, frühmorgens in die Betten der Göttinnen und Götter zu krabbeln, mit ihnen zu raufen und zu spielen, und alle erfreuten sich an den kecken Dreistigkeiten des kleinen Sohnes von Zeus. Selbst Ares, der grausame und blutrünstige Verderber, der die Spiele der Götter und alle Künste verachtete und kein höheres Vergnügen kannte als das Geräusch brechender Knochen, empfand väterliche Gefühle, wenn der kleine Eros sich ihm zutraulich näherte, um mit seinen Waffen zu spielen. Als Zeus eines Tages seinem kleinen Liebling sagte, er wolle ihm eine Freude machen und er solle ihm verraten, was er sich von ihm wünsche, da entgegnete der Knabe mit ernsthafter Miene, er habe nur einen einzigen Wunsch und den würde ihm selbst Zeus nicht erfüllen können. Zeus erwiderte, dass es für ihn, seinen Vater und den Herrscher über alle und alles, nichts gebe, was er nicht vermöge, und wenn sein Wunsch keinen der Götter verletze und weder den Himmel kränke noch die von ihm geschaffene Welt, so werde er ihm diesen Wunsch erfüllen. Eros lachte vor Vergnügen laut auf und ließ seinen Vater schwören, dass er sein Versprechen halte, denn keiner im Olymp und auf Erden werde verletzt oder gekränkt. Zeus beschwor es lächelnd und Eros sagte, Zeus habe einmal zu ihm gesagt, dass nur darum Kinder geboren werden, damit die Dreijährigen nicht aussterben. Er wolle nicht alt werden, er wolle drei Jahre bleiben, dies allein sei sein Wunsch. Er wolle nicht so dick und runzlig werden wie Acheloos und die Flussgötter, nicht so unbeweglich wie sein Onkel Poseidon, nicht so grießgrämig und hässlich wie Hephaestus oder gar so ein schrecklich dunkler und beängstigender Gott wie Hades. Er wolle jung bleiben, für immer und für alle Zeit. Zeus wandte ein, ihm würde viel entgehen, wenn er ewig ein Kind bliebe. Er würde nie erwachsen werden, würde niemals Macht und Verantwortung haben und über die Welt und die Menschen herrschen. Doch Eros erwiderte, dass er für nichts verantwortlich sein und nichts befehlen wolle. Wenn Zeus wirklich so mächtig sei, wie er sage, so soll er ihm die ewige Kindheit schenken. Du willst für immer drei Jahre alt bleiben, fragte Zeus verwundert. Für immer und alle Zeit, sagte Eros. Du wirst nie die Liebe kennenlernen, mein kleiner geliebter Eros, die schönste Erfindung des Himmels. Du wirst nicht erwachsen und wirst nie mit einer Göttin oder einem Gott, einem Mann oder einer Frau zusammen sein, um diese Göttlichkeit zu erleben. Um mit einem Mann oder einer Frau ins Bett zu gehen, muss ich nicht erst erwachsen sein, wandte Eros ein. Ich komme in jedes Bett hinein, bei jedem und bei jeder. Mich hat noch nie einer hinausgeworfen. Zeus lachte auf. Du verstehst mich nicht, mein Liebling. Du kannst mich nicht verstehen, denn ich spreche von einer Liebe, für die du noch zu klein bist. Erst wenn du erwachsen bist, wirst du eine Frau oder einen Mann auf die göttliche Art lieben können und nie wirst du dies erfahren, wenn du ein Kind bleibst. Eros erwiderte, er liebe alle und alle würden ihn lieben und dabei solle es bleiben. Oder kannst du es nicht, Papa? Bist du doch nicht so allmächtig, dass ich für alle Zeit jung bleiben kann? Schweren Herzens entschloss sich Zeus, sein Versprechen zu halten und erfüllte den Wunsch des Kindes, ohne zuvor mit Aphrodite zu sprechen. Die Mutter des kleinen Gottes war erschrocken, als sie hörte, dass ihr Liebling für alle Ewigkeit ein Dreijähriger bleiben werde. Doch bald gefiel ihr der Gedanke, ihr geliebter Eros werde sie nie verlassen, sie könne ihn für immer bei sich behalten und stets für ihn sorgen. Sie küßte ihren Sohn und sagte, sie wolle ihm für diese unaufhörliche Kindheit ein unvergängliches Spielzeug schenken. Er möge sich von ihr wünschen, wonach immer ihm gelüste. Eros ließ auch sie ihr Versprechen beschwören und dann bat er um ihren Bogen und die beiden Pfeile, den Goldenen und den Bleiernen, mit der die Göttin der Schönheit im Himmel wie auf Erden die Liebe erblühen und erlöschen lassen konnte. Ungern gab Aphrodite diese Zeichen ihrer Macht aus der Hand, doch sie mußte ihr Versprechen einlösen und ihm geben, was er verlangte. Eros jubelte. Ausgelassen und triumphierend sprang er mit dem Geschenk durch den Olymp, schoss wahllos den Pfeil mit der Goldspitze auf Götter und Menschen und erzwang damit Liebe, Ehen und Affären. Und mit dem zweiten Pfeil, der eine Spitze aus Bleibe saß, beendete er glückliche und lang andauernde Verbindungen, unerwartet für alle. Ihm gefiel es, dass er mit dem kleinen Spielzeug so viel Verwirrung stiften konnte und erwachsene Götter und Menschen in Aufregung und ein Strudel von glückseligen, aber auch lachhaften und beschämenden Gefühlen zu stürzen vermochte und in maßlose Leidenschaften. Er brachte Götter und Menschen zusammen, wie es ihm gefiel. Er liebte es, Paare zu bilden und Verbindungen zu schaffen, die seinen Spott und seine Lachlust reizten. Alte Männer, die ein Leben lang verdienstvoll gearbeitet hatten, allseits geschätzt waren und in Ehren ergraut, ließ er stürmisch und besinnungslos sich für junge Mädchen entflammen, die noch mit Puppen spielten. Angesehene und gottesfürchtige Matronen bewegte er dazu, sich für bartlose Gymnasiasten zu begeistern, und ihnen zum Gespött der ganzen Stadt nachzulaufen. Er brachte Geschwister dahin, sich einander in begehrlicher Liebe zu nähern und bewirkte, dass Mütter den eigenen Sohn verführten. Er ließ reiche, mächtige Männer, die mit einem Federstrich hunderte ihrer Mitbürger ins Elend stürzen und zu Tode brachten, sich weinend vor die Füße einer kuhäugigen Schönheit werfen, um ihre Zuneigung winselnd, und ließ junge Mädchen sich Tag und Nacht nach unerreichbaren Geliebten verzehren. Mit Vergnügen weckte er bei den Göttern im Olymp Inbrunst und Begierde und sah belustig zu, wenn die himmlischen in Liebe verfielen und einander nachstellten. Dass es Woche für Woche deswegen Verwirrung und Streit unter den Göttlichen gab, brachte ihn zum Lachen. Unentwegt und lustvoll richtete er auf den eigenen Vater seine Pfeile, sodass der alternde Zeus, aufgereizt vom goldenen Pfeil, als brünstiger Liebhaber jedem Rock im Himmel und auf Erden nachstellte, um nach der Befriedigung seiner Begierde und vom bleiernden Pfeil getroffen, sich matt und erschöpft, unverzüglich von der eroberten Dame zu verabschieden. Als Opfer von Eros Pfeilen und seiner dadurch entfesselten und nicht zu zügelnden Leidenschaften zerstörte er die Würde des olympischen Herrschers und verspielte jedes Ansehen bei Göttern und Menschen. Seine Mutter, die schönste aller Göttinnen und den hinkenden, hässlichen und schmutzstarrenden Hephaestus ließ er in Liebe zueinander entflammen, sodass sie, belächelt von allen himmlischen, sich zu einem grotesken Paar zusammenfanden. Doch auch diese belustigende Verbindung stellte Eros nicht zufrieden. Mit seinem Spielzeug zwang er die verheiratete Mutter zu einer Liebschaft mit dem grausamen und bei allen Göttern verachteten Ares und sorgte dafür, dass dieses Verhältnis überall bekannt wurde und zu neuem Streit und weiteren Tränen führte. Bei alledem war Eros nicht bösartig, er war noch immer ein dreijähriges Kind, verantwortungslos und unerzogen. Die sexuelle Begierde war ihm fremd und es amüsierte ihn, zu welch Grotesken benehmen er die Großen mit seinen Pfeilen zwingen konnte. Er verstand die Leidenschaften der Erwachsenen nicht, hatte aber begriffen, dass sie von diesen beherrscht wurden und er mit seinen Pfeilen Götter und Menschen leicht reizen, verführen und verwirren konnte. Weder vor dem Alter noch vor einem hohen Rang hatte er Achtung. Für ihn war sein Spiel mit den Liebespfeilen ein erheiternder Schabernack, dessen Folgen er schadenfroh betrachtete. Die von ihm Gemörterten verfluchten und verdammten ihn, wenn sie durch Eros-Attacken in für sie fatale Geschichten verwickelt wurden. Doch verliebten sie sich bald erneut und mussten immer wieder und immer aufs Neue den Launen des dreijährigen Sohns der Aphrodite folgen.